Was geht ab meine Freunde? Herzlich Willkommen zurück zu diesem neuen Video. Ich habe für euch heute mein Far Cry Primal, was nun auf ewig geschützt ist, dank der Firma RGS. Ich würde sagen, ich wollte einfach mal euch zeigen, wie das Ganze jetzt so aussieht und eine kleine kurze Geschichte dazu geben, wie es dazu gekommen ist. Und ich würde sagen, nach dem Intro geht es weiter. Haut rein! So, dann würde ich sagen, machen wir mal weiter. Ja, das Ganze hat jetzt gut ein Vierteljahr gedauert. Das war meine August Submission, das war ja meine allererste. Die habe ich ja dann im Oktober wiederbekommen. Die Vorgeschichte ist dazu, dass ich es ursprünglich als normales Grading-Spiel haben wollte. Dadurch, dass es ja aber eine Limited Edition, beziehungsweise eine Collected Edition ist und die das bei so Videospielen als SIP-Version, wohlgemerkt, also wenn sie nicht sealed sind, das nicht machen, weil jede Limitierte oder Collected Edition ja unterschiedliche Inhalte haben und wenn das geöffnet ist, können sie schlecht überprüfen, ob es jetzt komplett ist. So, das ist halt viel mehr Aufwand, deswegen haben sie halt grundsätzlich einfach gesagt, das machen sie halt nicht. Ist natürlich auch verständlich. Und ja, zu den Zeitpunkten war das allerdings noch online. So, dann war der Zeitpunkt so, dass ich, aber das hatte ich schon ja auch in dem ersten Unboxing erwähnt, dass ich mit dem guten Martin gesprochen habe und er hat mich angerufen, hey du, das ist ein Fehler gewesen und wir würden es dir anbieten, das ganz gern anders zu regeln. Und da habe ich gesagt, ja klar, kein Problem, weil mir war es einfach wichtig, dieses Spiel in dieser besonderen Box geschützt zu haben. Und ja, das war dann das Ende vom Lied, dass es deswegen nicht in der ersten Submission mit dabei war, sondern wie gesagt haben, es kommt im Nachhinein. Und ja, jetzt Anfang Dezember war es soweit, ihr habt es bestimmt schon auf Instagram gesehen. Da habe ich es auch schon hochgeladen. Dieses Video kommt jetzt leider etwas später, das hat zeitliche Gründe einfach gehabt. Nichtsdestotrotz wollte ich das Ganze mit euch teilen und mal kurz drüber quatschen. Warum das Ganze jetzt allerdings nur ein normales, also eine normale Acrylbox ist, ein Acrylcase und nicht das mit dem Authenticrate, da ist leider ein kleiner Kommunikationsfehler unterlaufen, finde ich allerdings aber nicht schlimm, denn ich konnte direkt mit RGS einen guten Kompromiss finden und es hat sich dann auch schnell geregelt, aber halt ein Kommunikationsfehler kann passieren, finde ich weiter tragisch. Und in dem Fall ist es halt jetzt deswegen kein Authenticrate, sondern das Normale. Ich bin aber trotzdem sehr zufrieden. Klar, am Anfang dachte ich natürlich erstmal so, okay, ja, ist natürlich ein bisschen schade, aber ist jetzt trotzdem kein Beinbruch oder so. Ich bin einfach froh, dieses Spiel jetzt hier so geschützt zu haben, denn gerade bei gewissen Spielen, die dann solche speziellen Boxen einfach haben, ich meine, das ist ja so ein Pappschuber drumherum und da kommt ja immer ganz leicht was ran. Und ich kann ja mal noch zwei andere Spiele herholen, wo es ähnlich so ist. So, und zwar ist es das Ganze, legen wir das erste Mal kurz weg, Assassin's Creed Origins, also Origins, dieses Spiel wird auch noch gegradet. Und da muss ich allerdings zu sagen, ich weiß noch nicht, ob die das, ja, ob ich das jetzt so nehme, da werde ich, dadurch, dass es ja auch wieder eine Deluxe Edition ist, mit Inhalt und so, werde ich das Ganze noch sealed suchen. Und sobald ich das habe, wird das ebenfalls eingeschickt. Oder ich nehme einfach auch trotzdem das hier und nehme es dann als Authenticrate. Das weiß ich noch nicht, mal gucken. Wenn, dann werde ich mir aber von dem hier wahrscheinlich trotzdem eine andere Version holen, denn leider hat die schon, ja, ein paar Lagerspuren. Das ist schwer jetzt zu erkennen. Hier ist so eine Einkerbung, das erkennt man wahrscheinlich jetzt nicht so gut. Und noch ein paar kleine andere Stellen. Dann natürlich hier oben solche Macken. Aber nichtsdestotrotz habe ich ja auch noch Assassin's Creed Odyssey in der Omega Edition. Und das sind praktisch die, ja, das Gegenstück dazu, ne? Also die beiden Hüllen. Also diese Spezienderin Schuber, die gab es, soweit ich weiß, bei GameStop war das ja, meine ich, damals. Und, ja, leider von Assassin's Creed Valhalla nicht. Aber darum soll es ja jetzt gar nicht gehen. Die werden auch noch geschützt. Bei solchen Spielen ist mir das einfach sehr wichtig. Ähm, als Sammler. Und, ja. Einmal nochmal kurz vielleicht zur Box. Die Verarbeitung ist sehr, sehr gut. Sehr, sehr hochwertig. Aber das Gleiche habe ich ja auch schon bei der ersten Submission-Unboxing eben von Biomotern, und den Nils über MyBrosWi erzählt. Und auch hier wieder super verarbeitet. Ich bin mega happy. Und, ähm, für die, die es interessiert, müssten die zumindest schon sein. Die sehen dicker aus. Sind es nämlich schon die neuen Halter hier drin. Also, zeige ich das dann am besten genau hier. Das sind, ähm, die hatten ja mal über Instagram gezeigt, dass sie jetzt neue haben, die nochmal dicker sind. Also nochmal stabiler. Ähm, damit auch nichts passiert und das Spiel sich nicht bewegen kann. Finde ich super. Und, ja. Ich bin echt begeistert. Muss ich schon sagen. Gut. Ich wollte euch das einmal nur kurz zeigen und dachte mir, ich mache nochmal ein kurzes Video dazu. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch vom ganzen Herzen frohe Weihnachten. Denn das ganze Video, wie ihr es wahrscheinlich schon jetzt, ähm, dann am Veröffentlichungsdatum sehen könnt, wird nämlich am 24. 20.12. veröffentlicht. In diesem Sinne, frohe Festtage. Wenn wir uns nicht mehr sehen sollten, von dem ich jetzt erstmal ausgehe, zumindest vom aktuellen Video her, auch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und dann zum Neujahr hin werdet ihr ein Video erhalten, was so, ja, was so 2022 auf diesem Kanal euch so erwartet. Da freue ich mich schon drauf und ich hoffe, ihr euch auch. Und in diesem Sinne sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein, Leute. Bis dann. Und ciao. Bis dann. Bis dann. Vielen Dank.